Ja, danke, Sander. Wir haben noch ganz kurz einen Gastredner. Das ist einer der Veranstalter von der Palästinenser-Demo am Freitag. Und der möchte ein, zwei Worte an uns richten. Also, zunächst einmal danke für das Redner. Ich wollte euch nur dazu einladen, am Freitag um 15 Uhr werden wir hier eine Demo durchführen. Anlässlich der Geschehnisse, gerade im Nahen Osten. Also, ich bin mir sicher, ihr habt davon mitgekriegt. Ja, ich möchte jetzt gar nicht dazu Stellung nehmen, weil man darüber diskutieren könnte und es keinen Sinn und Zweck hätte. Es würde mich einfach freuen, euch, viele, also euch alle eigentlich, Freitag hier antreffen zu können, auch persönlich kennenlernen zu können. Es würde mich freuen, wenn ihr mir die Möglichkeit gewährt, eine solche erfolgreiche Demo durchführen zu können. Ich danke auch Rick, vielmals. Also, er hat mich kontaktiert per Facebook. Ich denke, man sollte jemandem auch öffentlich mal so ein Kompliment aussprechen, denn in heutiger Zeit geschieht sowas sehr selten. Ja, ansonsten... Ja, danke vielmals. Dann verlasse ich mich drauf, euch Freitag sehen zu können. Also, wenn es euch zeitlich passt, natürlich. Wenn ihr arbeiten müsst, dann geht es schlecht. Freitag 15 Uhr. Dankeschön. Danke schön.